Badeurlaub, aber leider noch keine Bikini-Figur oder Strandfigur? Kein Grund zur Verzweiflung. Stadtsportal.tv zeigt dir, wie du deinen Körper in einer Woche in Form bringst, in drei Schritten zur Bikini-Figur. 1. Workout Mache ein tägliches Workout, das den Puls in die Höhe treibt. Muskeln verbrennen Fett. Je größer die Muskeln, desto mehr Fett wird verbrannt. Trainiere dabei die Oberschenkel und Bauchmuskeln im Wechsel. 10 Minuten am Tag sollten reichen. 2. Ausdauertraining Gehe jeden zweiten Tag mindestens eine Stunde Job. Mache Intervalltraining und variiere das Tempo. Nutze im Alltag Treppen statt Rolltreppen und Aufzügen. Wenn der innere Schweinehund zu groß ist, schließ dich einem Lauftreff an. 3. Ernährung Verzichte auf Dickmacher wie Fertiggerichte, Zucker und fetthaltiges Essen. Trinke viel Wasser statt Säften oder Limonaden. 4. Disziplin Halte eine Woche durch und du wirst stolz auf dich sein. Was ist schon eine Woche im Vergleich zu einem ganzen Sommer? Weitere Tipps für die Bikini-Figur gibt es auf bikinifigur.stadtsportal.tv